Es ist ein großartiges Gefühl, den ersten Wettkampf dieser Saison gewonnen zu haben, gerade da letztes Jahr problematisch war. Ich hatte Probleme, letztes Jahr in die Saison reinzukommen, um jetzt wieder gut anzufangen. Das ist ein gutes Gefühl. Eigentlich sehr entspannt, mit den neuen Regeln macht es keinen Unterschied, ob man Erster oder Achter ist. Von daher war das Ziel einfach, das gewohnte Programm durchzuziehen. Nicht wirklich. Es sind andere großartige Schützen im Finale gewesen. McFale zum Beispiel kann jederzeit 106er Finale schießen. Von daher wusste ich schon, dass ich weiterhin gut schießen musste, um das Gold sicher nach Hause zu bringen. Beste Grüße nach Hause aus Südkorea. Es freut mich, dass ihr mich im Fernsehen sehen könnt.